Ich bin verhört über ein hartem Morgen, willkommen für die Teverlatting-Zeremonie von der ersten meiner Jahre, von der Belgisch-Nederlands, von der Vangangsprogramm, von meiner Bestringing-Wachttur, bedohlt für den König-Klick, von meiner Bestringing-Wachttur. Heute, das Programm ist ein Beispiel für eine gute Zusammenarbeit zwischen Belgien und den Fahnen. Und seit dem letzten Jahr mit der France, denn die France hat eine MOU-Maschine für die Zusammenarbeit geöffnet. Das ist ein Beispiel für eine industrie-Klick-Klick. Wir sind hier in der Landwirtschaft, und die Europäische Union sieht das Programm mit внимablen, durch ihre Innovation und die capacität sie bringt. Schepen die straks, und es ist schon gesagt, ein unglaublich großer Beitrag an der Sicherheit auf und aus der Zee bringen. Just press the launching button. Are you ready? La cloche du navire Vlissingen va vous être apportée par nos collaborateurs de Naval Group et de Chantier Pierrioux. Ce programme nous donne justement une base solide pour renforcer la coopération. Coopération entre défenses bien entendu, mais également coopération entre industries comme vous l'avez mentionné. Avec le navire Vlissingen derrière moi, nous donnons à la marine néerlandaise les moyens de sa puissance comme nous la donnons à la marine belge avec le navire Ostende juste derrière et qui est dans les phases d'intégration. A tous, un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada